hallo willkommen hello welcome heute ein kurzes video sozusagen eine fortsetzung zu einem anderen video das ich schon gemacht habe und zwar die fortsetzung des videos mit dem klassisch klingenden pattern über eine Seite. Today I'll do a continuation of a video I already posted which was like the single string pattern, the classical sämic single string pattern. Today we're gonna add a second string to that to just make it sound even more Bach-like. Heute kommt zu diesem pattern auf der einen Seite noch eine zweite Seite dazu um das einfach ein bisschen interessanter zu gestalten und zwar wir beginnen, spielt sich alles auf der zweiten und auf der ersten Seite, auch auf der anderen Seite und auf der D Seite. Everything happens on the B-String and the E-String. So the second and the first string. We always begin with the second string with the B-String. Our first pattern is like this. Wir beginnen immer auf der zweiten Seite, auf der A-Seite und das erste Pattern ist folgendermaßen. 10, dann auf der E-Seite. 13, 12, 13, 10, 13, 12, 13. So on the B-String 10, then on the E-String 13, 12, 13, 10, 13, 12, 13. Then we move down. B-String 8. B-String 12, 10, 12, 8, 12, 10, 12. Dann gehen wir runter zum achten Bund auf der H-Seite und dann auf der E-Seite. 12, 10, 12, 8, 12, 10, 12. Dann bleiben wir am achten Bund, aber diesmal mit dem Mittelfinger auf der H-Seite und dann auf der E-Seite. 10, 8, 10, 7, 10, 8, 10. So now we stay on the 8th fret, on the 2nd string, on the B-String, aber mit dem Mittelfinger. And then on the E-String 10, 8, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, down to 6 on the B-String with the Mittelfinger. And then E-String 8, 7, 8, 5, 8, 7, 8. Zweite Seite mit dem Mittelfinger, 6. Dann auf der ersten Seite 8, 7, 8, 5, 8, 7, 8. Und dann zweite Seite mit dem Mittelfinger, 5. Erste Seite 7, 5, 7, 4, 7, 5, 7. Second String 5, mit dem Mittelfinger. First String 7, 5, 7, 4, 7, 5, 7. First String 1, B-String 5, E-String 8, 7, 8, 5, 8, 7, 8. Erster Finger auf der zweiten Seite 5, erste Seite 8, 7, 8, 5, 8, 7, 8. Okay. So. Im Zusammenhang. In Context. Slow. increasing Teacher to mueble 5, 성 win- scenario 9, 8, 8, movement exposure Donna G Wade 95, 1, 9, 10, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1-2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 ... 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1,. 1, 2, 1. Okay, and a little faster, noch ein bisschen schneller. Okay, viel Spaß damit, hau fang.